Ja und somit herzlich. Willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Weiter geht's. Ich würde noch ein paar kleinere NCPD-Aufträge machen. Und dazu rufe ich doch einfach mal wieder unser Fahrzeug. Ja, Jackies Arch könnten wir mal fahren. Achso, ist beides hier. Ja gut. Äh, nope. Um einfach ein bisschen so Streetcred zu sammeln, Money zu sammeln. Und auch die Welt ein bisschen weiter zu bringen. Und dann vor allem zu Gainern. Wie manche vielleicht wissen, habe ich ja eine Karte heruntergeladen. Oder beziehungsweise habe ich gekauft für das Tablet, also eine Online-Karte, wo man eigentlich alle Sachen sieht. Und somit auch ein bisschen Sachen abhaken kann. Und ich versuche, dass es eigentlich so gut, wie es geht, zu machen. Allerdings ist es ziemlich schwierig, weil die Map mittlerweile ja nicht mehr so aktuell ist. Weil ja mehrere neue Aufträge dazu gekommen sind, die jetzt da auf dieser Karte noch nicht eingetragen sind. Von daher ist das ein bisschen schwierig, das zu machen. Ah, aber ja. Wie geht denn da? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Alle tot, okay. Okay, gut. So kann man es auch machen. Lieb nicht ganz so wie erwartet, aber... Okay. Alles gut. Solange wir das schaffen, ist ja immer alles perfekt. Oh shit. Das war jetzt ganz schlecht. Hätte ich anders lösen können. Wer bist du? Gegen Arbeiter wahrscheinlich. Okay, den Laptop schaue ich gleich an. Komm, da hoch. Stirb. Da haben wir ihn. Cesario. Oder auch immer das ist. Zumindest ist er jetzt Geschichte. Ich bin gleich sowas von... ...wie drüberladen. Wo ist auch noch einer? Eine Kiste. Ein Laptop mit Nachrichten. Ihr seid gefeuert von Chad McGregor. Hey ihr Lutscher. Es ist Achtung. Kein Schwein ist hier. Ich hab die Schnauze voll. Ihr glaubt wohl, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Bloß weil ihr Valentinos seid, wartet ihr darauf, dass euch die Limo abholen kommt oder was? Fickt euch. Ich suche mir ein paar Penner aus einem anderen Bezirk, die vielleicht auch das tun, wofür ich bezahle. Chad. Fachkräftemangel. Chad, wir kennen uns nicht, aber ich habe von deinem Problem gehört. Die Leute, die die Tinos dir geschickt haben, taugen verdammt nochmal nichts. Und deine Deadlines sind denen auch scheissegal. Ich weiß auch, dass im Vertrag steht, dass du vor Gericht gezehrt wirst, wenn du nicht rechtzeitig fertig wirst. Scheint das, führe ich keinen Weg daran vorbei. Naja, es sei denn, du lässt mich dir helfen. Ich kann dir 20 Arbeit besorgen, die morgen anfangen können zu einem vernünftigen Preis. Was sagst du dazu? Okay, die haben hier wohl was gebaut und die Valentinos haben da irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doof. Wir haben ein Problem. Ja. Der hat uns gewollt, die ganze Kugel. Chad meinte, er holt sich ein paar Jungs aus dem anderen Bezirk. Die sagen, wo bin ich es an. Das stimmt uns nicht gerade, fröhlich. Du musst mit einem Typen reden. Mach ihm klar, wie wir hier in Vista Geschäfte machen. Sicherach. Solche Unterhaltungen sind meine Spezialität. Mach dir keine Sorgen. Morgen habt ihren Job wieder. Was ist eigentlich gerade passiert? Kann ich schon wieder leveln oder was? Schon wieder, ja. Nice. Ja, gut. Reflexe würde ich nochmal machen. Ermöglicht das Schießen beim Sprinten, Rutschen und Klettern. Beim Sprinten und Rutschen finde ich es ziemlich nice. Deshalb, let's go. Und Attributspunkt. Ich würde auf Koalition gehen wegen Stärke. Okay. Dann haben wir das hier auch schon wieder gelöst. Ich kreuze das mal eben wieder ab hier. Auf meine Karte. Ähm, weiter geht's. Ich würde sagen, hier im Bezirk Haywood haben wir noch drei, ja vier Stück. Könnten wir alle hintereinander noch machen vielleicht? Ich kenne bloß drei Stück sogar. Das hier ist schon im anderen Bezirk. Die drei könnten wir noch machen, die sind ja eigentlich immer schnell erledigt. Und daher, why not? Was ist hier los? Irgendwie ist alles stillgelegt. Ich glaube, ich muss den Mod wirklich rausnehmen, dass mehr Fahrzeuge sparen. Die machen das ganze Spiel kaputt. Oder beziehungsweise den Weg. Hehehehe. So, da wären wir. Mal schauen, was hier abgeht. So, wenn wir die eigentlich leise erledigen können. So, das ist nun was mitbekommen. So, ich hab's jetzt fast gesehen, dort drüben. Fast. Kurz noch mal ein Ping machen. Okay, der oben schaltet unsere Richtung, das ist doof. Ich versuche das wieder leise zu machen, damit wir diesen Assassine-Perk ein bisschen hochleveln können. Ich versuche das, was ich schon mal? Ich versuche das, was ich schon mal. Ich versuche das, was ich immer wieder zu machen. Ich werde das, was ich schon mal wieder zu machen. Was ich schon mal? Was ist das? Alter, was soll das? Eh? Wieder? Auch das hat niemand bemerkt. Shit. DEFECTO! Wir sehen noch eine der besten Waffen hier. VAS A PAGAR PUR ESO! O LA PINCHE CABESA! PINCHE SICHO PUTA! O LA PINCHE SICHO PUTA! MERE DEN GUNER SUPTINGA! Komm schon, bleib stehen! SONER LACHT DEN CHIP GARBEN! ARDISEN! 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 LA MEJOR PART DEL VIEW! Wir hatten Smartwaffe, das ist doch. AGINGS! Wir sitzen mit dem Weich ret Layer. Wir sind危GS... Und, wenn du first noch nie beend mag, Vor dem Waufen nicht richtig ko inadequ containment wird. Was ist gesnung, wenn du nicht gewSt okay dann hätten wir auch nicht genau so wie ich das wollte aber naja besser als gar nichts auf ihm jetzt eine waffe hinlässt wahrscheinlich ins wasser schönes save hätten wir eigentlich ein paar sachen in die luft sprengen können wenn ich mir das so ansehen aber gut können wir irgendwo noch was hacken was da drüben sieht interessant aus ja hier gibt es gar nichts dann rufe ich hier an bis jetzt car service okay na gut ich glaube da gibt es nichts mehr kurz schauen war das überhaupt das nein das war gar nicht das was ist hier los in camp obdachlosen grad nicht sorry mal 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 I'm going to have to repeat it! What is that? It's what. That. Okay, we need no Munition. That's a bit doof with the Munition. Manchmal. Dass mir die ausgeht. Wenn ich ehrlich bin. Okay. 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 Hey. Auftrag. Und leider ist es auch schuld der Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Cyberpunk 2077. Haut rein. Tschüss. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. world insurance. Just so closeaten. I can message it, but I can. What are your mind? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.